B so wie BZ oder soll ich sagen Bfett Sitz im Kinderzimmer voll und triss einen Nicknack Ich hab die Kugel im Lauf und fick man deine Mutter Kommt ein neuer H*** so raus Sag was bringen die Leichtmann Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Wir reagieren mit Emre, Biggie Jackson und Infinite Auf Jamal und Jardi oder Jardi heißt der Song Ich freue mich sehr darauf zu reagieren Was heißt Jardi, wisst ihr das? Boah, Bruder, vielleicht Jardi, ich weiß es nicht Aber auf jeden Fall bestimmt so arabische Seite, ich weiß es nicht So einen auf Haraga oder sowas Bestimmt Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst Schreibt es gerne mal in die Korrementare, wenn ihr es wisst Gesundheit Gesundheit Oder gehen wir rein, let's go Machen wir mal, dass wir da jetzt reingehen Let's go Das ist dein Album, ne? Geiler Name als dafür Oder ich schwör auf alles Boah, das wird wieder ein geiles Video Boah, das wird ein geisteskrankes Video wieder Safe Köln-Kalk Wir gehen doch rein in die Reaction. Wir reagieren auch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr geil bisher. Infinite, was sagst du denn überhaupt zu Hood Black oder auch zu Jamal Black jetzt spezifisch? Alle von Hood Black krass. Alle? Ich finde das ganze Kollektiv behindert krass. Okay. Der komplette Aufbau. Vom Talent jetzt mal ganz abgesehen. Der komplette Aufbau. Videos aufziehen. Die Videos. Die als Gang. Das ist schon alles sehr sehr krass gut gemacht. Und für die kann ich mir nicht vorstellen, dass die untergehen. Nein, nein, nein. Das bleibt so. Oder das geht nur noch höher. Genau. Die schwimmen ja schon seit Monaten immer ganz oben mit. Eben. Schritt für Schritt die ganze Zeit. Die werden krasser und krasser. Die Zahlen sprechen für sich. Und musikalisch auch. Unabhängig davon, dass das alles visuell krass ist und so. Die sind alle krass. Die Songs sind alle krass. Das stimmt. A set of fuck with the Yadis. Vom Einsatz wird selbst eine Mami furcht. Mach das gute Mädchen zu ner Bartbeat. Ich kenne keinen, der Mac knackst, als ich hat. Komm, du kannst essen, du Dulli. Während mir irgendein Tati mein Dick sagt, schick ich paar G's in den Duvi. Du wirst getribbelt vom Feindsten, sodass du es nicht mal merkst. Ich hab einen riesen Schaden in meinem Kopf. Lass sie doch, kommt heute das Magazin leer. Betts, Schwarz oder Ma. Lach grü bis zum Tod. Gestern noch ein Niemand. Heute stehle ich eure Show. Business optimal. Atem, keine Wahn. Drive by aus dem Video und ich aufhöl dein Grab. Der Fütter zieh die Waffe. Schüttel, schüttel, keine Waschen. Bündel in der Tasche und bei Minos greif die Kasse. Lauf durch die Hood wie ein Don. Kommt doch ab, denn ich hab gar keine Chance. Aber hier sind sehr viele bekannte Gesichter. Cushino. Cushino und Mufasa war auch eben am Video. Die sind doch, man hat doch unten links die ganze Zeit gesehen, die sind doch von Stadt zu Stadt. Wir haben das so ähnlich gemacht wie bei diesem Eurovision, was Central C mit den ganzen internationalen Künstlern gemacht haben. Wo die dann in den ganzen Städten in den Ländern in Europa waren. Geil. Okay, interessant. Das ist geil. Das ist geil gemacht. Das ist geil. Der Fütter zieh die Waffe. Schüttel, schüttel, keine Waschen. Bündel in der Tasche und bei Minos greif die Kasse. Lauf durch die Hood wie ein Don. Kommt doch ab, denn ihr habt gar keine Chance. Der Fütter zieh die Waffe. Geht sie vor keinen zurück, egal wer du bist. Die Klingel, sie geht in dein Fleisch. Rot nach den Jahren verrückt. Die Knarre macht dick und die Leiche verschwindet im Teich. Die Gegend, sie ist heiß, heiß, heiß. Meine Weste war nie weiß, weiß, weiß. Ich bin ich ohne, dass du weißt, weiß, weiß. Ich bin ich ohne, dass du weißt, weiß, weiß. Schicke Pussy, das Trauhof, nach einem Brett liegst du in der Heimkoma. Manche waren viel zu laut, kassierten und haben bis heute noch ein Trauma. Der Magen muss voll sein, Schlag auf seinen Kopf ein, halte mein Wort ein. Hoodblack gibt das Krieg, komm mir vorbei. Ganz egal, wer schickt mir Stand und um nur Zeit. Ich find das echt krass, dass Hoodblack wirklich so viel release und da ist wirklich kein Songweil, der schlecht ist. Manche, das kennt ihr, wenn ihr neue Künstler, was heißt neue Künstler, aber wenn ihr denkt, okay, ich zieh mir jetzt mal ein, zwei Sachen von Hoodblack rein, dann geht ihr einfach auf Spotify auf das meistgestreamte und dann, ihr sitzt im Auto oder so und es läuft alles durch. Und bei denen, ich schwöre es dir, es war ganz selten, dass ich was geskippt habe, wo ich gedacht habe, okay, das ist nichts. Ich hab's schon mal erwähnt, bei Hoodblack hast du auch eine Mischung aus allem. Du triffst alle Geschmäcker vor. Weißt du, ob es jetzt dieser harte Drill ist, ob es dieser Strassrap ist, ob es sowas Melodisches ist. Du triffst alles bei den Heimkoma. Das stimmt. Du triffst alles mit einem Wart, nein, Hoodblack gibt es Krieg, komm mir vorbei. Ganz egal wer, schick mir Standort um Notzeit. Batschwarz zu dem A, Larue bis zum Tod. Gestern noch ein Niemand, heut stehlich eure Show. Business optimal, Atem keine Wahn. Drive By aus dem Video und ich aufhüll dein Grab. Verblüht hat sie die Waffe, schüttel, schüttel, keine Masche Bündel in der Tasche und bei Minos greift die Kasse Lauf durch die Hood wie ein Don, kommt doch an, denn ihr habt gar keine Chance Verblüht hat sie die Waffe, schüttel, schüttel, keine Masche Bündel in der Tasche und bei Minos greift die Kasse Lauf durch die Hood wie ein Don, kommt doch an, denn ihr habt gar keine Chance ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin sogar weitergegangen grad, ne? Oder ein Schlo abgekattet. Ey, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was sagt ihr zu dem Song? Bruder, ich hab das Gefühl, die Jungs machen einfach. Die wissen auch, was sie machen. Oder Jamal oder, keine Ahnung, jeder von denen. Die machen einfach, die machen sich gar keinen Kopf. Was mache ich jetzt, was du? Die machen einfach. Und so entstehen die Hits. Bruder, ich glaube auch bei denen so, es ist scheißegal, ob was Gutes oder Schlechtes kommt, weil die haben gar keine Zeit für dieses Drumrum, weil die aktiv am Machen sind im Studio, Bruder. Ich glaube, die wissen auch gar nicht, klar, die wissen schon, was die da für ein Ausmaß haben. So an Fans. Aber so richtig realisieren, meinst du? Ich glaube, die realisieren das doch gar nicht so, wie die am Machen sind, weil die ständig nur im Studio sind. Die ganze Zeit. Ich weiß, was du meinst. Die machen gar nicht so, okay, wir haben jetzt mal das... Ja, die ruhen sich nicht aus, so wenigstens. Genau, die machen das krass. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr den neuen Song findet. In die Kommentare reinschreiben, wie ihr den neuen Song findet. Genau, und wenn es euch hier gefallen hat, was machen wir dann? Dann tut einen Daumen hoch, machen, klicken, liken, abonnieren, Glocke aktivieren und masken. Ja, okay. Ciao, ciao. Ciao.